Moin Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde von Jogt. In diesem traumhaften Spiel sind wir, glaube ich, ein Ei. Kurze Info, Paletto ist immer noch krank, deswegen habt ihr vielleicht ein bisschen Nachsicht mit mir, wenn ich irgendwas falsch mache. Aber ich bin einfach echt fertig. So, sehr gut, ich möchte jetzt ein Ei werden. Yippie! Guck mal, das Ei hat einen Arm. Ach da, es hat zwei Arme. Ja, ja. Hi Leute, hallo. Grab. Ah ja. Ah, damit kann ich grabben. Oh nein, solche Sachen verstehe ich meistens nicht. Oh, now don't crack. Oh Gott. Oh nein. Nein, warum kann das Ei denn kaputt gehen? Ach, warte, ich kann auch nach hier drüben. Wie geil ist das denn? Junge, ich bin einfach ein Ei. Wo muss ich denn jetzt? Ah ja, ich muss nach da vorne. Kein Problem. Paletto macht das. Aber ich bin schon ein bisschen angehauen. Ja, komm nach oben. Ja, sehr gut. Nein, habt ihr den armen kleinen Polizisten gerade gesehen? Ja, immer nach oben. Ja, wir schaffen es. Und alle. Oh nein. Du sollst nicht kaputt gehen. Ah, nach da oben. Ja, hab ich's. Nein, nein, hier nach unten. Und rein in den Eierbecher. Ach so. Ah, ich bin noch gar nicht fertig. War das ein Checkpoint? Junge, was ist das für ein dummes Spiel? Oh, wer macht denn seine Eier in der Mikrowelle? Oh nein. Vorsichtig. Oh, Alter. Das explodiert. Oh nein. Glücklicherweise war das wirklich ein Checkpoint. So, ich muss jetzt irgendwie den Button grabben. Oh nein. Er wird einfach explodieren. Oh Gott. Ah, Falschrichtung. Ah ja, ich muss nach hier drüben. Oh, Alter. Warum werde ich denn hier immer angegriffen? Hopp. Oh Gott. Oh, warte. Was ist das da unten? Ah, guck mal. Ich hab jetzt... Das kann ich mir aufsetzen. Das sind so Cosmetics. Warte mal. Ich muss mich ein bisschen drehen. Ist das Senf? Honey, hopp. Au. Der Senf hat mich zerschossen. Ah, jetzt muss ich nochmal... Und hopp. Und... Muss ich den... Oh, oh. Nein. Oh Gott. Okay, das Spiel sollte mir mit dem Ketchup wahrscheinlich veranschaulichen, dass... Nein. Oh Mann, ey. Es ist nicht einfach, ein Ei zu sein. Ich möchte die Küche gerne noch weiter... Nein. Jetzt einfach nur hoch. Oh, das war gut. Hier müssen wir längs. Ja, sehr gut. Das ist wieder ein Eierbecher. Und hopp. Ja. Sehr gut. Checkpoint. Ja. Und... Hopp. Oh, falsche Richtung. Ja. Hopp. Oh ja, das war gut. Ich bin wie ein Eieraffe. So, warte. Ja. Oh, oh. Alles gut. Wir werden nicht getroffen. Und nach unten. Hopp. Nein. Ich falle auf den Boden. Oh. Okay, kein Problem. Jetzt müssen wir bloß wieder nach da oben. Aber das hat... Eigentlich hat es doch gut geklappt. Ich weiß gar nicht, warum wir da plötzlich runtergefallen sind. Ja, sehr gut. Oh, nee, 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 nee. Greif nach oben. Ja, sehr gut. Oh ja. Oh ja. Und... Eierkanone. Oh ja. Alter. Let's go. Oh, nee, 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 nee. Vorsicht. Oh, sehr gut. Nein. Oh Gott. Warte mal. Wie komme ich da gut rüber? Eins. Zwei. Drei. Nein. Bitte. Bitte. Greif, 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 greif. Oh, Karotten. Lecker. Jetzt bin ich wieder hier. Oh Gott. Aua. Ja, warte. Ich spring runter. Ja, ja. Hui. Okay. Nochmal. Sehr gut. Halt dich bloß richtig fest. Das ist wichtig und... Ha. Oh, sehr guter Sprung. Ja. Und jetzt, guck mal, jetzt rede ich... Woppa. Au. Ach, komm. Junge, ich wäre da so gut durchgesprungen. Aber das war... Alter. Ich hab's richtig rausgehabt. Nein. Nein, 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 nein. Uff. Der wollte Beef. Aber nicht mit Paletto. Und hoppa. Nicht schießen, nicht schießen. Weh. Uh. Uh. Und rüber. Oh ja, sehr gut. Aber jetzt hänge ich wieder hier, Alter. Nein, nein, nein. Das ist zu gefährlich. Das ist zu gefährlich. Jetzt. Ja. Wo ist der Eierbecher? Hopp. Ja, rein in den Eierbecher. Oh, let's go. Oh, das war wichtig. Hui. Ja, hör auf. Aua. Ich find's immer so traurig, wenn er sagt. Hui. Hopp. Na ja, sehr gut. Quick restart. Und... Hi, hopp. Oh, sehr gut. Es hat ein Messer geregnet. Hopp. Mach da oben. Ja. Ja, ja, du hast den. Ja. Ja, 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 ja. Sehr gut. Da schon wieder die... Das... Oh, oh. Nein, 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 nein. Hoch. Jetzt. Hopp. Und in den Eierbecher. Sehr nice. Das haben wir... Oh, guck mal. Er hat ein bisschen gedämmt. Hopp. Oh, sehr... Ja, also... Ich glaub nicht, dass das richtig war. Hm. Hoch. Aber egal, wir hatten eh den Eierbecher. Und... Hopp. Ja, 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 ja. Sehr nice. Aber warum muss ich das nach... Nach unten? Ist das richtig? Ach so, wahrscheinlich kann ich jetzt da oben... Dann das andere... Grabben. Nee, jetzt hab ich grad den falschen losgelassen. Hopp. Nee, aber Mist, jetzt geht das wieder nach oben. So soll das doch auch nicht sein. Ja. Was muss ich da machen? Ah, ah, warte. Ah, und jetzt muss ich das hier grabben, damit ich da oben zum Eierbecher komme. Okay, ich glaub, ich hab's ansatzweise verstanden. Ja, ja, ja. Und zwar muss ich ein bisschen Schwung mitnehmen. Hopp. Ja, ja, warte, warte, warte. Komm, Mr. Eierbecher. So, genau. Genau, genau, genau. Und hopp. Ja, ja, ja. Das ist gut. Das ist gut. Und jetzt rüber da. Jawoll. Äh. Oh, ab ins Waschbecken. Ah, jetzt bin ich hier bei dem Glas. Wui. Jupp. Oh, oh. Messer. Nein. Aua. Aua. Ja, ja, alles gut. Alles gut. Dir geht's ausgezeichnet. Kein Problem. Schlapp dir den Eierbecher. Ja. Oh, oh. Das Glas geht kaputt. Oh, das sind leckere Croissants. Oh. Aua. Ich muss hier irgendwie. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh. Ja. Oh, man. Ach so, an denen mache ich mich immer kaputt. Ach, Mann. Junge, jetzt ganz ruhig. Oh. Ja, hui. Da hinten werden deine Freunde gekocht. So, okay. Kein Problem. Wir dücken nicht zu viel Schwung. Nicht zu viel Schwung. Hopp. Oh, das ist sehr gut. Nein. Nein, 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 nein. Ach, komm. Ich dachte, ich hätte das da richtig gut gemacht. Ja, weil das da oben... Junge, das ist viel zu schwer. Au. Ja, ja, ja. Aua. Vor allem werde ich doch gleich wieder von dem Ding zerquetscht. Oh, nein. Bitte nicht. Hä? Es hat nichts gemacht. Oh, hier dürfen wir jetzt aber nicht dran. Weil die machen mich... Die machen mich kaputt. Ah, aber wir können hier unten längs. Ja, ja, sehr gut. Einmal ein bisschen rumschwingen. Ja, ja, alles noch gut. Alles noch gut. Ja, ja, schieb mich bitte ein bisschen hier so nach vorne. Ja, ja, ja. Ich bin super Ei. Super Ei. Vorsichtig. Vorsichtig Ei. Ja, alles gut. Alles gut. Du musst nur jetzt relativ schnell... Da vorne ist der Eierbecher. Ganz ruhig. Da ist doch der Eierbecher. Geh rein. Geh rein in den... Oh, let's go. Das war eine harte Geburt. Oh, nee. Oh, nee. Ich habe ihn verpasst. Ja, hui. Kein Problem. Ich muss nur hier immer weiter schwingen. So. Guck mal jetzt hier. Und... Ja, wartet. Ja, wartet ab. Wartet ab. Hopp. Ja. Und... Sehr gut. So. Und jetzt... Ja, 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 ja. Ja. Und hoch zu Rot. Oh, das ist gut diesmal. Das ist gut diesmal. Das ist... Ja, ja, ja. Und einfach weiter. Hopp. Oh, es war so knapp. Okay, wir wissen, wie es geht. Ja, sehr guter Jump. Jetzt mit Schwung. Oh, ja. Ja. Jetzt hier schön. Genau, 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 genau. Und jetzt schwing dich schön... Nach hier oben. Ah. Ich war doch... Ich war doch... Ich muss da hoch. Ich muss auf jeden Fall da hoch. Okay, wir haben eigentlich... Fast alles schon ganz... Ganz smart gelöst. Ja, das war dumm. Wichtig ist der Schwung. Ja, ja, ja. Schwung, Schwung, Schwung. Schwung, Schwung. Oh Gott. Ja, das war jetzt nicht so geil. Ich wollte mich eigentlich nicht komplett zerst... Oh ja, das war nice. Ist auch gut auf dem gelben. Als ob. Das war nice. Komm. Und rein da. Jawohl. Oh, oh, da kommt ein Messer. Da kommt ein Messer. Okay, kein Problem. Ich weiß zwar nicht ganz genau, wie ich das hier mit dem Messer lösen soll. Uh, das war knapp. Ah ja, aber jetzt mit dem Windstoß. Hopp. Und let's go. Ja, 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 ja. Sehr gut. Der Wind. Der Wind, der Wind. Das heilige Kind. Oh Gott. Oh. Ja, hauptsache der Senf war das, glaube ich. Warum habe ich den nicht gedrückt? Aber das sieht machbar aus. Und let's go. Whee. Whee. Den Senf? Ich hasse den Senf. Wir brauchen hier einfach nur einen Schwung. Okay, so viel. Ja, ja. Sehr guter Schwung. Sehr guter Schwung, Palenu. Ja. Ja, 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 ja. Ja, das ist das. Und das ist noch das erste gelbe Ding. Hier holen wir uns noch mal kurz ein bisschen, ein bisschen Schwung. Uh, das war knapp. Ja. Oh ja, 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 ja. Alles gut. Noch alles gut. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Ah. Da konnte ich kaum ausweichen. Das wird uns wieder treffen. Es sei denn. Oh. Oh. Jetzt. Alle hopp. Ja, ja. Komm, 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 komm. Jawohl. Jawohl. Da unten ist der Eierbecher. Ja, ich hab ihn. Okay. Was macht das hier? Das ist auf jeden Fall Ketchup. Ketchup scheint für uns auch nicht cool zu sein. Oh ja. Okay. Und die Messer hier sind auch richtig ätzend. Oh, Alter. Was war das für ein Manöver? Nein. Nein. Der hat mich da weggekickt. Aber nur gut, Leute. Das war es mit einer kleinen Runde von Joke. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dürft ihr gerne ein Like da lassen. Ich gehe jetzt wieder ins Bettchen und schlafe mich noch eine Runde aus. Damit es mir hoffentlich bald wieder besser geht. Leute, danke fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like da und haut rein. Ciao, ciao.